Mein Forschungsgebiet ist Quantentransport in Halbleiter-Nanostrukturen. Also mit Transport meine ich Leitungseigenschaften und mit Quanten meine ich, dass wir in unseren Strukturen in einen Bereich gekommen sind, wo quantenmechanische Effekte diese Leitungseigenschaften dominieren. In der letzten Zeit beschaffen wir uns mit Materialien, die zugleich Halbleiter und auch Magnet sind. Topologische Isolatoren, das sind Materialien mit einer ganz speziellen Bandstruktur, die dafür sorgt, dass die Materialien im Inneren ein Isolator sind, aber an der Oberfläche eine leitende metallische Schicht haben mit ganz besonderen Eigenschaften qua Bandstruktur. Was mich begeistert ist, dass es immer wieder neue Dinge gibt, die diese Materialien aufweisen. Wir haben Dinge gefunden in den letzten Jahren, die keiner erwartet hatte und das macht das Fachgebiet sehr lebendig.